Mit 86 Jahren! Mit 86 Jahren noch zum Oldtimer-Treffen. Aber das Kleid ist natürlich genau aus der Zeit. Und mit deutschem Rock'n'Roll mit Peter Kraus drin. Wunderschönes Auto, aber wunderschöne Frau. Ja, hab ich ja auch gleich geheiratet. Gleich weg geheiratet und dann das Auto gekauft. Schon lange im Besitz? Du musst bloß aufpassen, dass das Auto nicht schneller ist als mein Auto. Dann komme ich immer hinterher und sage, krieg dich. Hahaha Hahahaha 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 Hahahaha